Ich finde die Studie Future Skills so wichtig, weil sie ein Kompass ist. Sie gibt uns Orientierung in einer Zeit des Wandels. Welche Kompetenzen werden gebraucht? Auf welche beruflichen Fähigkeiten wird es in Zukunft noch verstärkter ankommen? Und genau hier gibt diese Studie uns Antworten, die wichtig sind, damit wir die berufliche Weiterbildung gut ausgestalten können. Wir, die Agenturen für Arbeit, sehen uns als Mitgestalterin auf dem Weg zur Weiterbildungsgesellschaft in Baden-Württemberg. Durch gute Beratung, durch gute Orientierung und auch durch finanzielle Förderung. Ich wünsche Ihnen heute schon viel Erfolg bei Ihrer beruflichen Weiterbildung.